Also an sich ist das Thema leicht, aber die ganzen Lücken, die sich über die Jahre aufbauen, die machen Mathe schwer. Also ganz ehrlich, ihr denkt alle, dass ihr Mathe nicht könnt, aber ich sehe das anders. Nein, warte, lass mich mal aussprechen. Mathe ist nicht das Problem, dass es an sich schwierig ist, außer Aufgaben in Anforderungsbereich 3, okay, das kann sein. Mathe ist nicht wie Geschichte, da habt ihr jedes Jahr ein neues Thema und könnt, wenn ihr absolut nichts verstanden habt, einfach damit anfangen. In Mathe habt ihr auch jedes Jahr ein neues Thema, aber der baut auf das alte auf. Das heißt, habt ihr seit der 5. Klasse irgendwie immer eine 4 in Mathe, dann baut sich über die Jahre ganz viele Lücken auf. Bruchrechnung nicht verstanden, lineare Funktion nicht verstanden, Ableitungen nicht verstanden, Tangentengleichung nicht verstanden. Das heißt, wer Probleme in Mathe hat, den würde ich empfehlen, seine Lücken aufzufüllen. Und das ist die Herausforderung, die wir hier haben. Deshalb meine ich ja, Lücken füllen einfach, dann kriegt ihr das hin. Und deshalb habe ich auch gesagt, dass es mir wichtig ist, jetzt in diesem Beispiel, nicht einfach zu wissen, wie leite ich ab, sondern was heißt da Ableitung. Weil die Aufgaben kommen nie so, ja leiten Sie diese Funktion ab, also was wir jetzt machen. Sondern da kommt, bestimmen Sie die Hochpunkte. Also indirekt müsst ihr dann ableiten, Konzepte verstehen. Das ist das, worauf es mir ankam.